Herzlich Willkommen in Haus Carlotta. Kommt rein! Willkommen in unserer neuen Wohngemeinschaft dem Haus Carlotta im Gesundheitscampus am Krankenhaus in Warendorf. Hier versorgen wir mit unserem engagierten Team zukünftig 16 ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf. Durch die kleine Gruppe entsteht eine familiäre Atmosphäre, in der das Arbeiten viel Spaß macht und den Pflegenden mehr Zeit für die BewohnerInnen bleibt. Im Herzstück der Wohngemeinschaft der großzügigen Wohnküche wird täglich frisch gekocht. Außerdem werden hier die Beschäftigungsangebote von unseren Betreuungskräften durchgeführt. Du bist Pflegekraft und hast Lust das neue WG-Leben mitzugestalten? Dann melde dich gerne und überzeuge dich in einem Gespräch vor Ort selbst von deinen Möglichkeiten bei uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!